Und wir schauen auf die Lage in Israel. US-Außenminister Blinken ist erneut in den Nahen Osten gereist, um diplomatische Fortschritte im Gaza-Krieg zu erzielen. Nach den gestrigen Gesprächen in Saudi-Arabien wird es auch in Ägypten und Katar um ein mögliches Abkommen zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas gehen. Im Gespräch ist eine stufenweise Freilassung von Geiseln und eine längere Feuerpause. Ob es tatsächlich dazu kommt, das ist offen. Demonstrativ zeigt sich der israelische Premierminister Netanyahu bei der Truppe. Seine Botschaft, man werde weiter kämpfen bis zum absoluten Sieg in Gaza. Kein Wort von Waffenruhe, um die Geiseln frei zu bekommen. Dabei ist der Druck auf ihn massiv. Angehörige der Geiseln und ihre Unterstützer blockierten eine Hauptverkehrsstraße in Tel Aviv am vergangenen Wochenende landesweite Proteste. Sie fordern ein sofortiges Abkommen zur Freilassung der Verschleppten. Unser Land kann damit klarkommen, egal wie die Bedingungen des Deals sind. Kein Preis ist zu hoch für die Freiheit der Geiseln. Gegendruck bekommt Netanyahu aus den Reihen seiner Regierung. Seine rechtsextremen Koalitionspartner drohen, im Falle eines umfassenden Deals die Regierung zu verlassen. Sie sind gegen den Abzug israelischer Truppen aus Gaza und die Freilassung einer großen Anzahl palästinensischer Gefangener. Das aber ist Voraussetzung für die Hamas-Firne-Abkommen. Im diplomatischen Ring um eine Lösung ist der US-Außenminister Blinken erneut in den Nahen Osten gereist. Zunächst nach Saudi-Arabien. Bei den Gesprächen soll es auch um humanitäre Hilfe gehen. In der Nähe von Gaza versuchen israelische Demonstranten, seit Tagen Hilfslieferungen nach Gaza zu blockieren. Ich denke, dass wir den Druck auf die Hamas erhöhen können, die Geiseln freizulassen, wenn wir die Hilfslieferungen stoppen. Eine Meinung, die laut einer Umfrage immer mehr Israelis teilen. Und wir vertiefen das jetzt mit meiner Kollegin Nathalie Amiri in Tel Aviv. Gibt es denn immer noch keine Nachricht darüber, wie man die Geiseln frei bekommen möchte? Im Moment warten alle auf die Antwort der Terrororganisation Hamas. Denn auf dem Tisch der Hamas liegt der Entwurf, der in Paris ausgearbeitet wurde. In Israel wird der Vorwurf laut, die Hamas verzögere absichtlich eine Antwort. Präsident Premier Netanyahu hat gestern schon gesagt, dass sie auf die jetzigen Konditionen der Hamas nicht eingehen werden. Diese lauten aus Hamaskreisen. Es könnte 35 bis 40 israelische Geiseln für 200 bis 300 palästinensische Häftlinge geben. Und sie möchten ebenso auch 200 bis 300 Lkw-Hilfslieferungen haben. Ende November waren das mehr als 100 Geiseln, die im Austausch gegen 240 palästinensische Häftlinge ausgetauscht wurden. In dieser Frage bekommt Netanyahu, wie auch eben im Beitrag gesehen, nicht nur Druck von den Angehörigen der Geiseln, sondern auch innerhalb der Koalition, die ihm ja damit drohen, im Falle eines umfassenden Deals die Regierung zu verlassen. Was bedeutet das dann für die Verhandlungen bezüglich eines Geiselaustauschs? Genau so ist es. Und deswegen befindet sich Premier Netanyahu auch in einem Dilemma, in das er sich selber auch mit hinein manövriert hat. So die Kritiker seiner Person. Denn zum einen möchte er seine rechtsextremen Koalitionspartner befriedigen, indem der Hamas nicht zu viele Zugeständnisse macht. Denn die sind gegen einen Deal und sind auch gegen Hilfslieferungen. Auf der anderen Seite wird der Druck immer größer auf Netanyahu, vor allen Dingen von den Angehörigen der Geiseln, die sagen, bringt die Geiseln zurück. Es gibt keine Zeit mehr. Und so versucht sich, Netanyahu durchzulavrieren, ohne seine politische Position zu verlieren. Aber es wird schwer werden in den nächsten Wochen für ihn. Und es gibt viel Kritik von den Angehörigen der Geiseln. Was kritisieren die denn noch? Sie kritisieren, dass Netanyahu zu wenig getan hat, dass es ihm nur um sich selbst gibt. Sie werfen ihm vor, dass er viel zu wenig empathisch ist. Er hat wohl keine einzige der Beerdigungen der Todesopfer nach dem 7. Oktober besucht. Sie sagen, es geht ihm nur um sein politisches Überleben. Es ist so, dass Netanyahu sehr wenig proaktiv sich einsetzt für einen Geisel-Deal. Und das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Es sorgt also auch für Frust weiterhin. Und es wird ja auch weiterhin über eine mögliche Lösung, konkret gesagt über eine Zwei-Staaten-Lösung diskutiert. Wie weit ist man denn davon entfernt? Ich würde sagen, man war hier in Israel fast noch nie so weit entfernt von einer Zwei-Staaten-Lösung. Die wird vielleicht im Außen diskutiert, international diskutiert. Aber das, was ich hier mitbekomme, spricht überhaupt niemand mehr über eine Zwei-Staaten-Lösung. Die Menschen haben sich überhaupt nicht mehr, sie haben ihr Vertrauen verloren. Sie haben gerade die Menschen in den Kibbutzien, die ja immer für eine Koexistenz waren, die immer für Frieden waren. Ich hatte gestern ein sehr, sehr langes Gespräch mit Menschen, Überlebenden aus dem Kibbutz Beri. Die sagten, wir haben jahrelang eigentlich eine Freundschaft gepflegt zu Palästinensern in Gaza, selbst als sie nicht mehr rüberkommen konnten und in unserem Kibbutz arbeiten konnten, haben wir das Gehalt ihnen weitergezahlt. Und ich fragte, und zahlt ihr es ihnen noch weiter? Sie sagten, nein. Und ein weiterer Mann hielt seine Hand vor die Augen und sagte, ich möchte nicht nach Gaza schauen, weil ich habe gerade keine Kraft für das Leid in Gaza zu sehen. Es geht jetzt erst mal um das Leid der Israelis und wir sind traumatisiert. Insofern eine Zwei-Staaten-Lösung, darüber redet im Moment niemand in Israel. Und wenn er es machen würde als Politiker, würde es sich fast noch mehr unbeliebt machen. Und trotzdem verschließen wir nicht die Augen, sondern schauen auf den Gazastreifen. Wie ist denn die humanitäre Lage dort im Moment? Katastrophal. Wir haben Bilder bekommen aus dem Norden. Dort verschanzen sich die Menschen. Und im Norden dürfen sie sich ja eigentlich gar nicht mehr aufhalten. Sie haben Tierfutter gegessen, um zu überleben. Die Hilfslieferungen kommen viel zu gering in den Gazastreifen. Inzwischen befinden sich in Raffa, der Stadt im Süden des Gazastreifens, mehr als eine Million Menschen. Dort lebten zuvor 200.000 Menschen. Die Menschen haben im Grunde genommen alles verloren. 85% der Infrastruktur der Häuser sind zerstört worden. Unser Mitarbeiter Mohammed in Gaza hat uns gestern das Bild seines Hauses geschickt. Es ist im Grunde genommen nicht mehr zu sehen. Es ist ein Schutthaufen. Und so geht es der Mehrheit der Menschen in Gaza. Und die warten dringend auf eine Lösung. Soweit also die Information aus Nahost. Vielen Dank an unsere Korrespondenten Nathalie Amiri in Tel Aviv. Alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020